Dann müssen wir erstmal hier in dem Gebiet bleiben. Und dafür müssen wir da rüber. Also erstmal wer zurück. Oh, äh, hier. Flups. Ach, ich muss hier rein. Huch, da liegt eine Leiche. Warum? Lagt die hier schon immer? Hm. Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Hm. Was ist das hier? Außenposten gefunden. Raid 7 getroffen. Okay. Das ist abgeben, ne? Ja. Ah, Frischfleisch. Und so funktioniert es. Du überlebst, du wirst bezahlt. So einfach ist das. Ja, aber erstmal nicht. Erstmal, erstmal hab ich keine Lust darauf. Ich wollte ja jetzt erstmal die Skeks machen. Ähm. Ne, das war nicht die Skeks, das war tatsächlich das hier. Na komm, dann, wir, wir können es ja mal versuchen, vorher, was hier ran. Ich kann auf jeden Fall weg und hier auch. Was haben wir hier? Battle Pounder und Hunters Shotgun. Also, das ist ja immer, ist das immer noch unsere Gute? Ich glaub, so gut ist die gar nicht. Come back. Schockartefakt. Ja, das sollten wir mal ausrüsten. Zack. So, wo immer die das jetzt hingepackt hat. So, weil. Können wir hiervon ein bisschen was gebrauchen. Sonst ist das voll. Brauchen Sie mehr als einen Schuss? Haben Sie keine Jacobs benutzt? Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. So. Ist das noch irgendwas? Nicht. So, hier war doch vorher eigentlich ein 9th house, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Oder täusche ich mich gerade? Ach, guck mal, ich kann auch nur auf die Zuschänger... äh, Zuschänger, hm? Zuschauerringe gehen. Ähm, die Warnarten hab ich auch noch voll. Das ist gut. Kann ich da auch erstmal rein ohne? Ohne? Waaah! Mö-mö? Mö-mö? Komm, schieß! Oh Gott. Okay. Waaah! Stopp! Okay, Runde überlebt. Das war ja... Hui! Gar nicht mal so schwer wie gedacht. So. Die nächste Runde haben wir so geschafft. Ähm. Das nennst du Talent? Na, das ist jede Menge Glück. Aber die Menge hat er aus irgendeinem Grund trotzdem ihren Spaß. Hier ist dein Anteil. Lass es mich wissen, wenn du zu einem weiteren Kampf bereit bist. Ja. Nein. Ich, ähm, nein. Erstmal nicht. Einmal reicht. Wir machen jetzt erstmal die Schnipseljagd für die Schniper. Bisschen hier mal die Quests abarbeiten. Wo muss ich hin? Da lang? Da lang. Okay. Nein. Die Läden haben ein neues Inventar. Okay. Na, ist auch was Neues. Ne, ne, wirklich nicht. Okay. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer rein spazieren. Jetzt hat eine große Feuer-Nova-Rin aufgebraucht. Okay. Aber sonst ist meinst trotzdem noch besser. Und wir holen uns jetzt mal die Sniper-Teile. Hoffentlich. Hier noch kurz gucken. Hier haben wir ein neues Inventar. Ausrüsten, um MIRF-Granaten zu werfen. Also diese Explosions-Dinger. Hier gibt's Medikamente. Muss auch nicht unbedingt sein. Die Sachen haben wir voll. Die haben wir nicht voll. Na klar. Liegt da einfach mal ne fette Knarre im Müll. Das haben wir alles voll. Oh, nicht hier so natürlich wieder. War ich schon immer ein Säures-Gag? Das erscheint mir grad irgendwie sehr neu. Oh, hör auf. Pui, aus, böse. Komm, ich stirb. Na klar, hier ist auch ein Feuers-Gag. Oh, natürlich auch noch ein Alpha, weil es so schön ist. Weil man ja, aua, sonst keine Hobbys hat. Komm, ich stirb. Stirb. So. Ach, noch einer. Okay. Was ist das? Einer wird mir noch angezeigt. Wo? Wo? Ach, da. Wie süß. Mal gucken, was wir da stehen, dass wir es noch kriegen. Okay, das ist voll. Hallo. Nicht von hinten einfach ankommen. Oh. Ähm. Ich bin abgerutscht. Entschuldigung. Hallöchen. Was war's das? Aua. Das war's natürlich auch nicht. Jetzt war's das. Das ist voll. Das ist voll. Was ist hier? Äh, hallo. Hallo. Ist hier sonst noch was? Nicht. Okay. Wir müssen garantiert bei den Banditen oben suchen. Könnte ich mir so vorstellen. Oh, ich hab nicht mehr so wirklich viel Money für die. Dann nehmen wir doch mal die. Für die wir auch nicht mehr wirklich viel Money haben. Ist egal. Alter, du lebst noch. Huch. Das tut mir leid. Was ist das? Hä? Diese... Diese Mini-Psychos, ne? No. 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 Seh ich nicht ein. Hier sind erstmal keine mehr. Hat's jetzt vielleicht Sinn, dass ich hier raufbamme? Wahrscheinlich eher nicht. Nö, natürlich nicht. Zack. Oh, guck mal. Jetzt hat er da oben Sachen fallen lassen und ich komm da einfach nicht hin. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Jetzt mal ernsthaft. Waren hier nicht eigentlich auch mal Banditen? Wir sind immer noch. Ja, komm. Komm her. Ja. Da freut sich aber einer. Mann, warum kann man sich denn hier nicht festhalten einfach? Ist doch blöd. Das ist nicht fair. Ja, komm. Das waren drei. Sack, wer. Oh, lauf, 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 lauf. Lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülü. Nö, hö. Seh ich ja mal gar nicht. Gar nicht, sag ich. Oh. Lülülülülülülülülülülülülü. Ja, auch mit den komischen Gebräuchern, ja. So, genug gespielt. Mann, wie komme ich da hoch? Hä? Oh, das ging da nie. Oh, oh. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich alle. Tod. So. Irgendwie muss man da doch hochkommen. War das mit dem Herkommen? Hä? Werde nicht herkommen sollen. Oh, ich bin schon wieder voll. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. So. Oh. Hier liegt ja gar nicht mal wenig. Ja, voll, voll, voll. Da hoch? Ach, dahinter. Warte mal. Da lang also. Oder? Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Sehr schön. Ja, kommt noch einer nach? Nope. Ich will nichts sagen, aber eure Wache da oben ist tot. Und der da auch. Mh, ein Auge. Yummy. Wir servieren ihnen heute Auge anhören. Was willst du denn? Na? So. Einmal nachladen. Ähm. Ich will doch noch einen laufenden roten Punkt. Aber auch da oben. Was? Was? So. Ähm. Einmal da hoch. Stellen Sie sich, solange Sie noch können. Ja, später. Jetzt gerade nicht so der Bedarf. Hallo, Mann! Zack. Komm, lad mal nach. Ähm, hallo? Ja, du warst da super in Deckung. Hast dir ganz fein gemacht. Nein! Wie oft denn noch? Ich mag nicht. Alter, warum halten Sie sich mal alle für einen Kerl? Ja, nimm das! So. So. Sauberer Headshot. So, mir fehlt noch ein Teil. Dass es irgendwo weiter unten liegt. Aber ich will mal kurz ja nie. Kiste. So. Hier war keine Kiste versteckt. Also, voll und Schild kann ich nicht mitnehmen. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Äh. Da, ne. Halt, hä? Wo, wo liegt denn jetzt das Teil? Ich dachte, das liegt hier irgendwo. Tut's aber nicht. Ich habe schon wieder einen Skill-Punkt. Und Null Orientierung. Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Bin gerade verwirrt. Merkt man, glaube ich, auch gar nicht. Hallo. Hochdach. Wo denn? Hier war ich doch auch drin. Hier drunter? Kann ich nicht. Äh. Mädchen, das schreckt mich nicht so. Hallo, du sollst aufstehen. Das ist es alles nicht. Hier stehe ich auch auf der falschen Seite. Okay. Wo versteckt sich denn jetzt dieses letzte Teilchen, ne? Aufs Prinzip, weil ich's kann. So, angeblich hier. Angeblich genau hier. Und alles, was ihr macht, wenn ich E drücke, ist die Monizu wechseln. Ja, ich glaube die Quest ist auf 용erliche Operation. Ich glaube, die Quest ist buggy. Vielen Dank.